Willkommen zu Hand of Blood. Der Let's Player, der den Horror in dein Wohnzimmer bringt. In deine Küche, in dein Kapäuschen, deinen Wesenschrank. Medipick klein, aufheben, E. Drücke Q, Gesundheit erhöhen. Taschenlampe, aufheben. Goal, Taschenlampe. Und ich hab irgendeine Waffe. Wir werden alle brennen, für das, was wir ihnen angetan haben. Ach ne, nur eine Taschenlampe. Wow! Was? Er hat sich umgebracht, mit dem Messer. Nein! Nein! Nein, komm, ich will das Messer, gib mir das Messer. Was haben sie Dienstagnacht getan? Am Ort des Geschehens sind ihre Fingerabdrücke. Ich will sein Messer. Okay, wir gehen einfach weiter. Ich hab die Westabt! Oh! Hab ich jetzt erst registriert. Mann, ist das ein tolles Gefühl. Hallo? Hallo? Zum Reha-Raum. Ja! Der Erste! Die Erste! Ich hab mich angesteckt. Woher wissen Sie das? Woher wissen Sie das über mich? Ihre Demenz ist tödlich. Aber hier kann ich Sie behandeln und Sie werden in Sicherheit. Warum sollte ich Ihnen vertrauen? Weil ich nicht diejenige bin, die auf Sie schießt. Scheiße! Folgen Sie der Rute durch und schicke. Rute? Oh, das ist voll der geile Monitor. Also wir sind hier irgendwie in der Krankenstation, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Und irgendwie sind wir total psychisch krank. Also wir haben Demenz. Und diese Raumstation, was auch immer, Raumschiff, Ishimuwa? Nee, keine Ahnung. Ach nee, das war ja wahrscheinlich davor alles. Also bei Dead Space 1. Jedenfalls wurde jetzt hier irgendwie voll die Insekten-Invasion gestartet. Ey, volle Möhre. Was soll ich denn machen? Aufzug. Okay. Als nächstes brauchen wir eine Waffe, würde ich sagen. Drücke und halte B für Ortung. Geil. Öl. Öl. Da ist gerade was langgegangen, oder? Ich lasse mich nicht irritieren. Jungs. Was macht die für Sachen? Okay, das sieht nach einer heißen Nacht aus. Das war ja mal die übelste LAN-Party in Hell, ey. Okay, da hinten. Ich muss hier lang. Ziemlich dunkel jetzt. Und ich höre Sachen, die ich nicht hören möchte. Hm? Okay, einfach schnell weiter. Oh mein Gott. Hä? Ist eine Absperrung? Kann man das nicht irgendwie so lassen? Also irgendwie... Speichern. Speichern. Kapitel 1. Bestätigen. Ja, überschreiben. So. Geöffnet. Geht da auch mein Weg? Achso. Okay. Dann ist hier jetzt die Ische, die mich... Die nicht auf mich schießt. Das wäre voll... Fantastisch. Nee, es sieht eher aus nach... Eine Art... Gruppendusche? Okay. Ja, ich war gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Ups. Wow. Wow. Isaac. Was ist da los? Ach, Demenz. Hm. Ja, ja. Was ist das hier? Oho, jetzt krabbeln wir nur round. Ganz. Ah, hier sind auch diese Krabbelviecher. Ich bin sehr angespannt, wie ihr vielleicht merkt. Vielleicht. Ist das viel jetzt hinter mir? Nö, ne? So. Hi, Leute. Wow. Hier steigt auch eine Party. Das... Sind Sie okay? Warum helfen Sie mir? Wenn Titan an Sie findet, wenn noch mehr Menschen sterben. Ich muss es mit ihm jetzt loswerden. Nicht, wenn Sie meiner Route folgen. Was haben Sie Dienstagnacht getan? Okay. Route. Halt, ich will aber erst mal ihn hier retten. Das ist ja voll strange. Deaktivieren. Okay. Okay. Deaktivieren auf die alte Art. Du es. Hä? Hä? Was habe ich jetzt? Mit Chinese packen. Zielen und drücke F, um lose Objekte zu packen. Wie hier? Drücke F. Hm, er ist nicht lose. Was ist denn hier lose? Ich will das mal ausprobieren. Hä? Ah, so. Okay. Loll. Äh, halte mit Chinese und drücke dein... Okay, okay. Auf die. Ah. Ah. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's noch nicht gebacken. Tut mir leid. Wir nehmen den Weg nach draußen und befassen uns nicht mit dem Vieh. Schade. Müssen wir aber. Wuh. Warum können wir denn nicht mehr sprinten auf einmal? Ah, ich bin in der Sackgasse. Au. Au. Okay, aber ich kann definitiv mit den Dingern schießen. Komm zu Papa. Bam. Oh, der nächste. Freunde. Na, das war die Scheibe. Oh, Junge, ich spieß dir ja richtig auf. Nächster. Oh. Er hat was fallen gelassen. Credits. So. Schauen wir mal unser Werk an. Im... In dieser Zacke getroffen, an die Wand genagelt. Junge. Ich nehm mal so'n Ding mit. Ja. Ja, ist doch okay. Ich hab's kapiert. Er ist unendlich, oder? Ich mein, das ist ja voll geil. Ich weiß nicht mal, mit was ich schieße. Ich dachte erst, es wär' ne Taschenlampe. So. Rufen? Ja. Wahrscheinlich. Rufen. Nein, 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 nein. Hm. Ich werd da nochmal hoch. Ich werd nochmal runter. Ah, ne. Was ist das? Medicaid. Schön. Äh. Jetzt hab ich der Ische eben nicht zugehört. Ach ja, meiner Route... Der Route weiterhin folgen. Gesundheit erhöht irgendeine Kuh. Ja. Genau. So. Jetzt geht's langsam zum Kämpfen über. Die brauchen wir. Oh, wo überall? Da? Wo noch? Noch einer? Hier liegt nix mehr. Oh, da kommt noch einer. Kann ich den Schrank da nehmen? Lol. Lol. Jetzt kommt das Regal. Ikea Power. Entfesselt. Das hat ihn nicht umgenutzt. Stirb. Wow. Wow. Das... Ich schau mir sowas immer gern an. Da hält er sich die Eier. Ja. Da hab ich aber nicht hingezielt diesmal. Diesmal. Hehehe. Normalerweise geht's bei mir immer runter unten. Also bei denen dann, wenn ich darauf ziehe. Ich ziel immer nur da hin. Oh. Nochmal Credits. Kann ich die irgendwie schlagen? Wow. Ja, kann ich. Und der rastet voll ab. Und dann verlassen die... Äh, dann verlieren die Sachen. Oh. Ja, bis nix mehr übrig ist. Ey, cool. Okay, wenn ich auf Gegner einprügel, verlieren die Sachen. Das ist ja geil. Credits. Wofür ich die brauch? Keine Ahnung. Das hat geblinkt? Ja. Mein Gott. Da hoch. Okay. Und ich nehm so'n, äh... So'ne Taschenlampe mit Spitze mit. Okay. Okay. Hm. Okay. Ja, öffnen. Nein. So. Zertreten. Drücke Leertaste, um Leichencontainer zu plündern. Okay. Warte. Jetzt kommt's. Er war voll auf Kopf gezählt. Okay, Leertaste. Hm. Zertrete ich ihn. Okay, das... Er klebt an meinem Fuß. Er hängt an meinem Fuß. Er hält sich schon wieder die Nüsse. Die haben alle... Also, die wissen, wo ihre Schwächen liegen. So, das ist so ein Container. Den kann ich auch plündern. Junge, hier ist so die Suppe überall, ne? Herrlich. Was willst du? Was brauchst du? Den da kann ich auch noch... Doch, ich hab ihn voll im Kopf getroffen. Ich hab ihn getroffen. So. So. Da ist der Kopf ab. Das Spiel ist... Oh, ne. So öffnet man Türen. Jetzt schreit hier wieder rum. Oh. Ich helfe Ihnen mal, ja? Ich bin gleich da. Ja. Hier ist ein roter Knopf. Ich kann Sie hören. So helfen Sie mir doch bitte. Ja, ich bin gleich da. Das schüchtert mich hier alles ein. Oh, da kommt einer, oder? Ne, der hängt da nur fest. Okay. Hi. Na? Was haben wir denn? Okay. Ihnen wurde der Brustkorb geöffnet und da strahlt ein Laser rein. Das haben wir gleich. Ja. Tut bestimmt, bis zwickt jetzt kurz. Sind Sie raus? Beheilen Sie sich. Ich schneide Sie da raus. Ist das ein Gewebelaser? Ein Plasma-Kotter? Ähm. Beeilen Sie sich. Bitte. Hilfe! Ich versuch's ja. Hilfe! Ich bin ja schon dabei. Oh. 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 Schießen. Ich kann schießen. Arm ab. Wie gefällt dir das? Ich hab... Ah! Jetzt hab ich dieses Laserschießteil. Ah, kippt hier. Bam. Bam. Ich hab nicht mehr viel Schuss. Verdammt. Ich modifiziere mich nach und nach auf. Ach ja, jetzt zu plündern. Munition, bitte. Jawohl. Ne, das ist keine Munition. Kann ich ihn hier auch plündern? Okay. Für noch ein Vieh reicht das nicht. Das wird jetzt problematisch. Ja, komm. Rück noch mehr raus. Wie kann ich denn Munition auffüllen? Also, ich... Ich hab da jetzt Munition eingesammelt, oder? Plasma-Energie. Ion-Gas-Munition für Plasma-Kotter. Auswählen. Nein. Einsetzen. Ähm... Ähm... Ne, nicht entfernen. Erlädt er dann... Ja, wie gesagt, ich hab... Die Steuerung noch nicht... Ach, er? Auf er? So. Weiter geht's. Du kriegst eine volle Klatsche. Jawohl. Jetzt wird nicht mehr gezappelt. In meinem Hause zappelt man nicht. Okay. Der hat nix mehr dabei. Oh Gott, das ist so brutal, dieses Spiel. Aber cool. Ich find's cool. Ah, herrlich. So. Was haben wir hier noch? Das ist rot. Dann kann man das nicht öffnen, wa? Geh auf! Jetzt höre ich... Trippeln. Was ist hier noch? Ich glaub, ich komm nur sehr schleppend voran. Oh, noch mein Muni. Oh, da war noch was. Hi, noch. Ja. Okay. Gut. Gehen wir weiter. Ah. Ah. Oh, da war noch was. 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 Vielen Dank.